So, Thorsten Fink will unten auch wechseln zum ersten Mal. Jacopo Sala kommt hier für Mladen Petric. Und das heißt, das letzte Heimspiel von Petric ist vorbei. Jetzt gibt es die, naja zumindest teilweise, Standing Ovations für Petric. Das ist der Abschied des Kroaten im heimischen Stadion. Da sind ein paar Tränchen im Auge. 98 Bundesligaspieler hat er gemacht. Und es gibt Sprechchöre für ihn. Das drückt schon Emotionen aus. Petric. Lassen in Bremen. Elia, Loma Petric. Passt ja! Und das hat Petric. Die 9.000 Euro. Und da ist das 1 zu 0, das gibt es noch gar nicht. Keine Minute gespielt. Lade Petric. Perfekte Abnahme von Lade Petric. Toll die Flanke von Jean-Brun Boateng und besser kann man die nicht nehmen, mit links. Petric, ein Riesentor, ein Riesentor. 1-1. Und jetzt Petric mit dem Ballrückzieher. Tor! Was für Traumtor! Und danach kommt dann wieder an Petric. Mit Tränen in den Augen. Und natürlich ein sehr aufgeblühter Maden Petric. Und Du bist nie einfach... Und Du bist nie einfach... Und Du bist nie einfach... Es Alon! Thank you very much!